Wildbeuter Obelisk. Er hat EPS beim Sammeln von Kräutern und Fellfrüchten. Es kann nur ein Obelisk auf einmal aktiviert sein. Hallo Leute und willkommen zurück auf dem Kanal von Donricka44. Und weiter geht's mit Forager. Würde mich freuen über ein Abo auf YouTube und ein Like. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020